Was ist das? Also, Sie müssen mich zuerst fragen. Sie müssen mich angreifen. Er ist extra der Teller gesessen. Ich möchte von der Drogesszene. Drogesszene. Nach Ihres Vaters und der Sohnes und der Einigung im Geistplatz. In der 1. Klasse kommt er mit mir. Ist gut? Nicht mit Ihnen. Hinten oder vorne. Ja, meine Ministerin. Gut, dann bin ich unter dem Walz. Ich habe einen Fuss, der weh tut. Kein Problem. Er ist angegriffen. Nein, macht er Sinn. Alle Glatzköpfe sind ein Mafia-Projekt. Das wollt ihr nicht gerne hören. Möchtet sie noch nicht? Ja, genau. Sie lachen. Das finde ich lustig. Ja, sicher lustig. Ich bin nicht bei der Mafia. Ja, das sehe ich ja. Sie gehen auch nicht jeder Samstieg dorthin. Glatzkopf ist organisiert von Martin. Martin tut mich. Das heisst, er finanziert einen Martin, wo die Frauen runterstalken. Und das müssen Sie wissen. Jede Ejakulation in Drogenkladen, Drogenlounge und Drogenmodelle, Hamburg, Mannheim, etc. Jeffers & Twizy. Also mitkommen. Bevor Sie nachher noch im Internet sind. Sie müssen mich nicht mit Voodoo hassen. Können Sie das? Können Sie das? Sie machen kein Voodoo. Sie glauben an Voodoo. Nicht glauben. Ich werde verfolgt. Das ist ein typischer Glatzkopf. Kein Glauben mehr. Kein Glauben mehr. Das ist ein Anblick. Er hat sich nicht anbaut. Er hat sich nicht anbaut. Sie sind hier ja hier unten. Er hat sich nicht anbaut. Da haben Sie nicht anbaut. Da sehen Sie hinten einen Beamten. Die Beamten. Vielen Dank.